Oh, Freunde, ich war im Phantasialand und jetzt komme ich wieder in die Stadt und was macht Buffalo da, der Depp da rum? Ey, Buffalo, Depp ist voll out, keiner macht das mehr. Ey, hör auf, hör auf, Buffalo, ich schäme mich für dich, das ist voll peinlich. Warum? Ey, weil keiner mehr Depp, Leute, Depp. Einmal so ein Geben und dann so Depp, Depp. Ach, Depp ist voll out, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wer Depp denn heute heutzutage? Aber, äh, alles klar. Was haben wir denn hier, Leute, zieht euch mal das rein, das sieht doch, hier sind überall Löscher. Okay, eins, zwei, drei, vier. Und hier steht drauf YouTube, was könnte das sein? Denk doch mal nach, Buffalo und Bendy. Ähm, ja, 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 das ist wahrscheinlich, wähle nicht das falsche YouTuber-Loch. Oh mein Gott, Leute. Das ist richtig tief, ich kann das nicht. Oh mein Gott, guck mal, da kurz rein. Nicht reinhauen, bitte. Okay, das ist wirklich tief, Leute. Ach, du, wow. Geh ein rotes. Wah, hey, Buffalo, was soll das? Chill, chill, chill. Leute, ein gelbes Loch und ein grünes. Okay, wo sollen wir denn als erstes reingehen? Ich muss ja noch mal aufzutanzen, Alter. Ähm, geht doch mal von links erstmal in das Loch rein, in das Buffalo-Loch. Warum Buffalo-Loch? In das Buffalo-Loch, ja, genau, in das Buffalo-Loch. Ja, still, das hat doch, das hat doch deine Farbe. Leute, lasst schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert den Glocken und schaut doch, wie du bist am Schluss. Das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr nichts hier verpasst. Und ein Buffalo, da du hier die ganze Zeit noch am Deppen bist, kannst du ja reingehen. Nee, rein. Ich kann dich gar nicht hauen. Hallo. Oh. Okay, Leute, ich geh jetzt auch da rein und let's go. Oh, oh, oh. Autsch. Okay, ich dachte, okay, nice. Das ist eine Leiter. Ich dachte schon, wir fahren jetzt komplett runter, Leute. Das wäre jetzt nicht so nice und... Hä, was ist denn hier los? Oh, guck mal, da ist Ukri. Da ist Ukri, genau. Was geht ab, Ukri? Warte mal, hallo. Hey, Dandy und Buffalo, wer als erstes die Wand kopiert, gewinnt das Spiel, auf die Plätze, fertig, los und... Warte mal, hast du auch Blindheit von ihm bekommen? Ja, ich seh nix. Oh mein Gott, Leute, der hat die Challenge ja richtig schwer gemacht. Okay, warte, warte, hier ist erst mal eine Kiste mit Wolle. Ich nehm mal alle Farben raus, die wir brauchen könnten. Orange, dunkelblau. Ich glaub, ich hab alles, oder? Grün fehlt noch. Blau fehlt mir noch. Da er ja schon gesagt hat, auf die Plätze, fertig, los. Kann ich ja schon mal loslegen, du. Orange, orange? Oh Gott, okay, 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 let's go. Orange, babyblau, okay, okay, das ist... Wir haben ja schon mal solche Challenges gemacht, Leute. Aber... Genau. Das ist gerade mit der Blindheit, das ist ja wirklich richtig schwer. Okay, okay, okay. Richtig, richtig, richtig schwer. Oh, ich seh gar nicht. Oh, ich bin schwindelig. Okay, orange, babyblau, grün. Orange, babyblau, grün. Verwirre ich dich gerade damit eigentlich? Ja, bist du verwirrt mit mir? Ich hab mich auch verbaut. Wegen mir, oder was? Okay, Leute, wir haben zwei... Nein, weil ich mir die Farben nicht merken kann. Gelb, lila, babyblau. Gelb, 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 lila, babyblau, grün und so eine komische Farbe. Cyan, hab ich die Farbe überhaupt? Oh Gott, ich hab die gar nicht. Ey, Pfeiffer, wie fehlt die Farbe, Cyan? Nein, die gibt's da. Okay, okay, ich hab die. Und babyblau, magenta, äh, babyblau, magenta, gelb, was, gelb? Ja, gelb, orange, gelb, äh, orange, orange und babyblau. Noch eine Reihe, Leute, let's go. Ähm, lila, orange, mal Dingsbums. Lila, orange, Dingsbums, blau, blau, orange. Gelb. Ich glaub, ich bin fertig, oder? Bist du fertig? Ja, ich bin fertig, fertig, ich bin fertig, ich mach die Blindheit weg. Ah, ich seh nix. Ich bin auf, ich seh auch nix. Oh mein Gott. In fünf Sekunden ist es weg. Ja, drei, zwei, eins. Okay, wie, perfekt ist, warte, aber ich war vor dir fertig. Nein, warst du nicht. Doch, ich hab gesagt fertig. Nein. Doch. Ich hab auch schon gesagt fertig. Nein, Leute, schreibt euch doch, wer war zuerst fertig. Aber warte, lass mal erst mal checken, was ist denn überhaupt die Belohnung? Ähm, check mir mal ab. Oh, das sind zwei Belohnungen, deswegen ist das eigentlich egal, wer fertig geworden ist. Guck mal, wir haben nur ein Nullgerät bekommen, damit können wir fliegen. Wo wir im Survival-Modus sind, Leute, zieht euch das mal rein. Nimm das, kannst du auch rausnehmen. Okay, danke, Ucri, für die krasse Challenge. Ähm, leider gab es zwei Belohnungen, das ist ein bisschen nicht so nice. Aber, wir haben jetzt so ein Fluggerät und jetzt können wir fliegen. Boah, jetzt kommen wir hier wieder raus. Dandy, warum kannst du fliegen? Bist du im Game-Mod 1, oder was? Nein, ich bin im Survival-Modus, aber wir haben so ein Item bekommen, in dem wir einfach fliegen können und du nicht, weil du nicht mitmachen willst. Egal, keine Lust. Du verpasst aber voll die krasse Belohnungen, Andy. Ist mir doch egal. Ja, genau, das sind richtig krasse Belohnungen. Ja, ist mir egal, juckt mich nicht. Okay, wenn du meinst. Gehen wir jetzt rein? Ich würde sagen, Leute, wäre ja langweilig, wenn wir jetzt einfach von links nach rechts gehen würden. Was, wenn wir einfach jetzt in das Dritte reingehen? Was sagst du, Buffalo? Oder das Vierte sogar. Hm, ich glaube, ich nehme mal das Dritte. Komm. Mal sehen, welcher YouTuber uns hier. Warte, Leute, wenn es euch bis jetzt schon so gefällt, dann lasst ein Like da auf 3, 2, 1. Alle liken. Vielen Dank, dass du das Video geliked habt. So. Okay. Guck mal, das ist Lumex. Das ist der rechte. Ja, genau, Lumex. Okay, ich mache mal kurz einen Rechtsklick. Hey, Freunde. Meistet mein Jump'n'Run, aber ihr dürft nicht cheaten oder fliegen. In der Kiste sind zwei OP-Goldöffel, damit ihr an der Lava nicht sterbt. Viel Spaß. Okay, ja, Tatsache. Ich hätte deinen Gold-Up wegnehmen sollen. Würde sagen, let's go. Okay. Jump'n'Run, Action. Okay. Wenn ihr wollt, dass ich Dandy jetzt... Mann! Langer! Immer nach vorne, okay? Was hast du gerade gesagt? Wenn ihr wollt, dass ich Dandy gleich... Ey! Ey! Okay, das war jetzt... Karma, Instant Karma. Naja, dass ich Dandy schlagen soll, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ey! Nein, liked nicht, Leute, sonst haut er mich. Okay, liked, aber hau mich nicht. Okay, okay, okay. Wenn ihr wollt, dass ich Puffle haue... Leute, abonniert alle den Kanal jetzt! Okay, alle haben abonniert, Puffle, es tut geliked, es tut geliked, es haben alle abonniert! Die haben geliked, die haben geliked! Es haben alle abonniert, ich verziehe dich jetzt! Aber wir haben auch geliked! Ey, du bist zum Start jetzt! Geh zum Start! Okay, guck. Boah, jetzt diese Sprünge sind echt nicht einfach. Die, der hier... Boah, die sind einfach. Ja, warum bist du dann noch am Start? Ah! Puffle, ich hab's geschafft! Ey, du bist geflogen, das zählt nicht! Du bist geflogen, mich zu hauen, das zählt nicht! Nein! Die haben geliked! Ja. Und? So, oh. Nice. Tut mir leid, Puffle, aber ich hab hier einen krassen Zauberstab bekommen! Komme nicht zu nah! Was hab ich hier für Spells? Okay, okay. Ich kann die nicht lesen. Oh, ich kann die nicht lesen. Lass uns erst mal rausgehen, lieber. Die sind in Villager-Sprache unten links da. Guckt mal, Leute. Ich kann hier jetzt rumscrollen. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade drücke, ne? Ich kann's nicht lesen, das ist wie Japanisch für mich gerade. Ja, du testest aus! Okay, okay. Wird schon nix passieren. Es ist nix passiert. Einfach gedrückt halten. Okay. Okay, Schneesturm! Oha, wie cool sieht das denn aus? Wow! Okay, was ist das nächste? Okay, ich hab ein Problem, glaube ich. Okay, ich weiß, was das ist. Und was haben wir hier? Ähm. Wow, was hab ich da getan, Leute? Warte, warte. Mach mal, mach mal Difficulty 1. Hab ich. Oh, ne Zombie-Apokalypse. Ich hab ne Zombie-Apokalypse beschworen, Leute. Guck, die greifen alle Buffle an, Leute, weil ich der Meister der Zombies bin. Oh mein Gott. Ja, drei Fliegen! Greift alle Buffle-Mollü an! Ja, du kannst fliegen. Aber was hast du noch da? Ähm. Blitze. Oh, das ist der Strahl. Du kannst damit, glaube ich, alle treffen. Ja, warte. Wenn du gedrückt hältst. Ja, ich treffe mehrere auf einmal, Leute. Oh mein Gott. Wenn du gedrückt hältst, dann hältst du das Ganze. Oh ja, ich seh's, Leute. Das ist nice. Das können wir gleich gebrauchen für das nächste YouTuber-Loch. Und was haben wir hier? Okay, Schneestopp. Okay. Let's go, Leute. Kann ich ja nicht damit Leute einfrieren? Kann ich natürlich nicht theoretisch einfrieren. Oh, ich hab dich geslowed. Guck mal, du bist so langsam. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Du bist eingefroren, du Loser. Wie lange hält das? Ich kann springen. Oh, jetzt. Okay. Fliegen kann ich. Was? Ah, Bendy. Guck mal, was für einen krassen Zauberstab ich habe. Hilfe, ich bin eingefroren. Den wär ich echt gern mitgekommen. Naja. Buffalo, mal sehen, was das nächste Loch auf sich hält. Okay? Du gehst da jetzt rein. Nein. Du gehst da rein. Okay, ich geh rein. Ich hab Blitz eingesch... Ich hab Blitze jetzt eingesch... Warte. Ich mach mal Blitze kurz an. Okay, Blitznetz. Okay, mal sehen, wer da unten auf uns wartet, Leute. Welcher YouTuber wird hier sein? Okay, wir gehen da unten. 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 Bin mal gespannt. Und, Dandy? I cry, Max. Aber es ist so ein kleiner. Es ist nicht der echte. Warte. Zur Seite. Trimmt. Gehst du zur Seite? Aua. Ich geh nach oben. Okay, der hat zwei Diamant-Spec-Trite-Schwerter getroppt. Die sind wirklich stark, Leute. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann werdet ihr gleich sehen. Hab ich gerade den Zauberstab geklont. Lol. Ich hab den Zauberstab einfach geklont. Okay. Was? Ja. Guck mal, du musst auch einen haben. Nee, das ist ein Bug. Okay, okay. Das ist nur... Okay, okay. Ich geh wieder zur Seite, dass du mich nicht triffst. Oh. Und... Ah. Ja. Ich greife an. Du triffst einfach alle. Du triffst einfach alle. Komm schon, mach Schaden. Ja. Ja, wie viel das ist? Okay, nice. Fünf Goldäpfel. Zehn. Komm, nimm die Hälfte. Komm, Buffalo. Ja. Okay, geh bei, Leute. Das ist richtig cool. Und... Blitze! Let's go! Oh, pass auf, wofür du nicht, dass du getroffen wirst. Ja, er macht extrem viel Schaden. Okay. Perfekt. Hat nix getroppt. Weiter geht's, Leute. Und? Ich hab ne Idee. Wir machen jetzt Eiszeit. Eiszeit! Oh! Guck mal, Leute, die sind eingefroren. Wow. Ich bin auch eingefroren. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, Leute, zieht euch das mal rein. Warte mal, ist hier... Das ist, glaub ich, der echte I-Crimax. Warte, kann ich den eigentlich auch... War das nicht noch was anderes? Ähm... Ich könnte ne Zombie-Apokalypse beschwören, theoretisch. Was sagt ihr? Aber du kannst dir doch noch irgendwas anderes herbeizaubern, oder nicht? Was denn? Ähm... Vielleicht das hier? Gib mal her. Wow! Ja! Greif an! Nicht mich! Warum greift ihr mich an? Ähm... Hallo, ich bin dein Meister! Und Diener... Der verfolgt dich nur. Oder? Achso! Okay. Nein. Der hat... Okay, der macht keinen Schaden. Alles easy, alles easy. Blitze! Oha! Okay, machen wir ne Zombie-Apokalypse? Ja, machen wir ne Zombie-Apokalypse? Let's go! Greif dein Crymex an! Okay. So? Die kommen, die kommen! Okay, Leute. Jetzt machen wir nochmal... Ich esse einen Goldapfel, damit ich das auch überleben. Und jetzt Blitze! Let's go! Oh Gott. Und jetzt Eiszeit? Einsprieren! Oh Gott, nicht, dass ich draufgehe! Nein! Ich bin von Eye-Crimax erschlagen worden! Okay. Äh, ich habe... Das ist meine Diener zwar? Mit dem Schwert, ne? Okay, okay. Wow! Ähm... Der ist eingefroren. Machen wir wieder einen Blitze. Ich geh zur Seite. Ich flieg weg. Boah, der hat viel Leben, der Eye-Crimax. Der ist stark. Okay. Ich esse jetzt mal einen Goldapfel. Warte, ich kann ja fliegen, ich dumm Kopf! Was mach ich hier? Ja, wir können hier fliegen. Was machst du sonst? Okay, okay, okay. Let's go! Ich hätte gar nicht draufgehen können. Theoretisch. Was haben wir hier? Wir sind eingefroren. Er ist eingefroren hier. Oh! Oh! Wow! Ich habe gerade einfach so einen Felsen beschworen! Ähm... Eye-Crimax? Wo ist der? Der ist draufgegangen. Der hat das fallen lassen. Aber wo? Ah! Ein Lambo! Nein! Ich habe den einfach one-shotted mit diesem Felsen. Nice! Okay, Leute. Ähm... Machen wir den auch weg, Leute? Was sagt ihr? Komm, den besiegen wir auch noch schnell. Oh! Nein! Meine Güte, Mann, die Schaden. Okay, wir haben unsere Belohnung. Raus hier, raus hier! Wir haben unsere Belohnung. Wir brauchen die nicht... Raus, raus, raus. Wir haben unsere Belohnung. Schnell raus hier. Let's go! Oh mein Gott. Ey, dieser Zauberstab ist ja richtig nice, Leute. Wie findet ihr den? Oh mein Gott. Ich feiere den mega. Okay. Ähm... Rate mal, was das für eine Belohnung wir haben, Andy. Guck mal hinter dir. Einen Lambo! Das ist doch dein Lieblingsauto. Oh nein, Mann, warum bin ich nicht mitgekommen? Tja, Andy, du bist ein Langweiler, deswegen... Oh mein Gott. Du willst ja immer hier oben bleiben. Ey, Buffy, wir gehen jetzt in das letzte Loch um W, Andy. Du fährst mit dem Lambo weg, okay? Nein, nein, nein. Auf keinen Fall, als wenn ich den Lambo berühren würde. Mein Lieblingsauto, ich meine. Ja, ja. Komm. Let's go. Ich hoffe, Andy lässt den Lambo in Ruhe. Das ist meine Belohnung. Das ist meine Belohnung. Schnell! Okay, wer wartet da auf uns? Ich sehe Chissi. Ähm, hallo? Wer als erstes meinen Schatz findet, gewinnt das Spiel. Und wir haben Blindheit bekommen. Ist ja gar nicht nice. Oh, Mann. Okay, Leute. Nein, Buffy, oh! Nein, ich habe mich nicht Chissi angegriffen. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Die ist sauer. Die ist extrem sauer. Wo ist die, wo ist die, wo ist die? Da. Ich sehe sie. Die ist da oben. Ich bin eingefroren. Ja, du bist geslaut. Weiter geht's. Nein, ich will den Schatz finden. Ich habe die eingefroren. Mann, ich brauche. Guck mal, wie. Ich bin extrem langsam. Das ist nicht fair. Das ist nicht mein Problem, Buffalo. Das ist gar nicht mein Problem. Weiter! Trier-Attacke! Ich komme hier nicht weg. Wo ist denn diese Belohnung? Ich kann fliegen. Warte. Aber ich brauche so lange zum Abbauen. Oh, komm schon. Ich habe keine Ahnung, wo das sein kann. Komm schon. Ich habe da was gerade gesehen. Ich habe da was gerade gesehen. Komm mal hinter dir. Hä? Oh! Hast du das echt nicht gesehen? Nein, habe ich wirklich nicht. Ja! Nein! Dandy! Das ist nicht fair. Easy, cheesy. Ja, die ist da. Ich habe die halt auch angegriffen. So! Hallo! Die ist genau unter dir! Ja, du seid gefahren! Nein, du darfst nicht bewegen! Dann sammelst du das noch rein! Wie lange hier da? Oh mein Gott, nein! Jetzt hat die Mühe wieder böhen! Ja! Nein! Oh mein Gott! Komm her! Wo bist du? Hey, nicht hier! Ich habe halbes Herz. Bitte nicht. Wir teilen uns das. Hä? Wo bist du hin? Komm her! Ja! Er geht? Ja! Wir geht, 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 wir geht! Oh mein Gott, Leute! Wenn dir das Video gefallen hat und mehr sehen wollen, lasst einen Like, Daumen, die Ticken und aktivieren die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!